Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir sind immer noch im Schloss von Woodburn, oder wie er jetzt hieß. So, und wir müssen tausend Jahre hier gegenboxen, damit wir mal durchkommen. Weil hier müssen wir durch und hier ist sonst irgendwie keine andere Möglichkeit weiterzukommen, so wie ich das bisher sehe. Also bisher noch nicht. Vor allem ist es auch nicht ersichtlich, was ich machen muss, damit wir die hier richtig hinkriegen. Also zumindest für mich nicht. Und warum geht das Ding nicht auf? Ist hier vielleicht irgendwo wirklich ein Hebel versteckt? Oder hat der einen Schlüssel? Nein. Endlich. Jetzt hat es geklappt. So, dann gehen wir hier rein. Endlich kommen wir weiter. Ah, okay. Jetzt so ein Bereich. Ah, ein Zentauron. Hatten wir ewig nicht mehr gehabt. Zentauron habe ich vermisst. So, was hat er hier? Dann gehen wir erstmal hier hoch. So. Die werden aber ganz schön schnell voll dieses Mal. So, komm. Okay, einmal Taschen leeren. Wo auch immer jetzt der Ausgang war. Hier, glaube ich. Hier. Genau. Nee, nee, so. Die Steuerung beim Klettern ist noch ein bisschen hakelig. So. Einmal alles leer machen. Hier werden aber wirklich schnell voll. Dann rollt 5742. Und dann jetzt nochmal ein Save-Game. Auf die zwei. Nochmal kurz resten. So, und... Nein! Scheiße. Nochmal resten. Nein. Oh, ich dachte schon, ich falle jetzt wieder. Ich dachte, ich falle jetzt wieder in den Tod. Komm, wir gehen mal diesmal... Nee, wir hatten da oben einen vergessen. Den wir noch mitnehmen wollten. Also... Den hier. Beziehungsweise, den Bereich können wir auch mal machen. Fertig machen. Hier ist jetzt keine Geheimtür, außer die da vorne. Okay. Anscheinend ja nicht. Achso. Weiter hier. Ähm... So, free action. So. Dann haben wir den Dude jetzt. Wahrscheinlich oben. Wenn die jetzt hier runterspringen. So, wo kommen wir jetzt? Ah, hi. Ebony left Pordron. Ah. Leider der Falsche. Das ist jetzt nicht der, den ich haben will. Da ist schon wieder jemand. Da haben wir einen Irrgarten, hier haben wir einen Irrgarten. So, auf mehreren Ebenen. So, dann gehen wir mal hier hin. Okay, hier hat schon aufgehört. Das ist gut. Dann können wir hier noch einmal kurz den hier machen. Jo. Und nochmal hier oben entlang. Jo. Habe ich mir schon gedacht, dass sowas in der Richtung passiert. So. Was haben wir denn hier? Gehen wir später hin. Erstmal den Bereich hier. Boah. Beschreck mich nicht. Äh. Wir sind wieder voll. Ja gut, dann. Eben schnell. Nochmal zurück. Taschen leeren. Äh. War hier entlang, glaube ich. Und. Ja, hier geradeaus durch. Ich glaube, wir werden hier unseren Vontar ganz schnell ganz voll haben. Äh. Was ist jetzt los? Ah, okay. So, removeen. Einmal alles weg. Und hier auch nochmal alles rein. Ja, unser Karren ist schon gleich wieder voll. Ist wirklich gleich bis zum Rand voll. Ja, aber warum wiegt auch die gute Rüstung so viel? So. Äh. Hier nochmal resten. Nochmal ein Savegame. Und wir bleiben diesmal in dem Bereich hier. Ja, hier sind jetzt die Geister. Ah, okay. Ist doch nicht so ein Riesenlabyrinth, der Bereich. Gehen wir erstmal hier hin. Okay, das ist... Wer hat auf mich noch geschossen? Ah, der Dude. Wo kommst du denn her? Yo. Wie voll wir sind. Kam der jetzt von hier oder was? Ist auch eine Sackgasse. Ohne gar nichts. Okay, dann bleibt uns nur noch nach unten. In dem Bereich. So, hier runter. Ah, okay. Wir kommen wieder in den. In die Zone. Okay, gut. Hier hat es mich... weit gebracht. So, und hier war... Jetzt wo eine geheime Tür? Da war eine geheime Tür. Da sind sogar zwei geheime Türen. Hier irgendwo da? Toll. So. Komm, wir bleiben erstmal unten. Und machen hier den hier. Sonst war hier jetzt keine... weitere Geheimtür. So. Und wir sind wieder voll. Das heißt, nochmal zurück. Und sobald wir gleich... den Wagen voll haben... werden wir nochmal alles aussortieren. So. Wo geht's zurück? Hier, das ist schon der richtige Weg. Dann die Sachen, die nicht so viel wert sind, schmeißen wir weg. Und die die wert wert sind... Ähm... Nein, 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 nein. Autsch. Also die Leder-Sachen werden wir diesmal erstmal weg... beziehungsweise zuallererst dann die Ingredients. Denn die sind diejenigen, die wir am allerwenigsten brauchen. 3, 2, 2, 3. So. Wir sind ja schon wieder bei fast 700. Also 750 Tonnen. Ne, nicht Tonnen, Kilo. Jetzt funktioniert das mit dem Kleinen wieder. Natürlich. So, und jetzt. Jetzt erstmal wieder ganz nach unten. So, und hier entlang. Den haben wir. Genau, und hier waren wir. Hier ist ja immer einer. Immer einer versteckt. Ja, wir werden zuerst die Ingredients wegschmeißen. Daneben. So, wie sieht's aus? Wer schafft's hier zuerst raus? So, die haben wir. Die looten wir gleich alle. Komm. Die looten wir jetzt. Und glaubt ihr, die schnell wieder voll sind. So. Ja, natürlich können wir nichts mehr mitnehmen. So, werden wir gleich alles nochmal machen. Und hier ist wahrscheinlich ein Geist. Alter. Wieder so lange? Ist doch kein Geist. Jo, komm. Gold nehmen wir zumindest mal mit. Und die Dinger. So. Und wieder aufrufen. Jetzt ist wirklich die Frage, wo ist Woodburn? Den müssen wir hier aufhalten. Und hier wird schön, dass wir hier den Weg hier schon mittlerweile ein... Oh. Ja. So, das ist noch weg. Und hier wird alles. Okay. Wir sind jetzt soweit, dass wir hier aus dem Wagen die ganzen Ingredients mal rausnehmen. Oder Arrows. Oder Arrows, die brauchen wir auch nicht. Genau. Die Ingredients nehmen wir raus. Äh, das ist kein Ingredient. So. Und hier, wie sieht es jetzt da aus? Da. Alle Ingredients raus. Denn die bringen am wenigsten Geld. Sobald wir, was Ingredients angeht, voll sind, schmeißen wir dann die Leder-Sachen weg. Das können wir wegschmeißen. So, sonst haben wir hier nichts mehr. Dann schmeißen wir hier alles rüber. Haben wir sonst noch irgendwas? Hier, Remove. Und das alles removeen. So, dann können wir hier jetzt nochmal die 1700, die wir haben, auch nochmal hier reinpacken. Hier, obwohl, QDC, Invisibility, Restore Power, Free Action. Kommen wir, wir verbrauchen das mal. Caution of Stamina, Resist Poison. Und wir verbrauchen die jetzt mal einfach alle. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir gar nicht. Wow. Alter, was? Oh, ich fliege. Ja, dann können wir hier eben. Schnell. Okay, das kann ich nicht. Brauchen wir dann auch nicht. Das fliegen wir hier jetzt erstmal. Beziehungsweise... Naja, komm, wir lassen das mit dem Resten. Schneller fliegen kann ich jetzt nicht, hä? Aber erstmal eine Million Spells da oben. Erstmal markieren, ja. So, jetzt ein paar verschwinden schon mal. Ich hoffe jetzt aber nicht die, äh, Levitation. Er hat die Levitation noch nicht. So, dann können wir da oben auch schon mal wieder looten. So, was hat der? Nehmen wir das mit. Erstmal die ganze Rüstung. Alles, was mit Rüstung und Backum zu tun hat. So, das nehmen wir mit. Der hat nichts. Den hat man komplett looted. Hier, der hat Gold. Und die Dinger. Ach, wir sind jetzt schon wieder voll. Ja, toll. Darf ich jetzt gleich nochmal hier hingehen? So, wo? Was ist denn hier drüber genau? Da müssen wir auch mal gleich schauen, irgendwann. Was da wohl gibt's? So, die nächsten Spells verschwinden jetzt. Ah, das war Levitation. Okay. Das war's mit unserer Levitation. Welches Spells sind dort noch die bleiben? Kann ich jetzt? Nein, 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 nein. Ach. Ich dachte schon, ich hätte jetzt wirklich kurz Panik gehabt. So. Hier. Okay, dann... ...nehmen wir... ...die ganzen Lederdinger raus. ...die ganzen Lederdinger raus. Fane, Elven, Steel. So. Müssen ja Prioritäten setzen. So, was haben wir hier noch? Steel. ...ah, okay. Jetzt... ...reicht das nicht mehr. Dann können wir hier auch noch... ...das reinpacken. Leather, 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 Leather. Steel, Leather, Leather. Ich würde gerne mehr mitnehmen. Aber können wir halt noch nicht. Oder... ...ich weiß zumindest nicht, wie wir mehr mitnehmen können. Haben wir hier sonst noch... ...ne, warte, hier nicht. So, Leather, 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 Leather. So, wo haben wir noch? Hier, Leather, 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 Leather. Sehr viel Leather. So, wir können nichts mehr tragen. Jetzt können wir wieder mehr tragen. Nein! Wo ist denn das? Ah, da manche umhellen. So, warte. Wo war denn das jetzt hier? Wirklich sehr viel Leder. Okay, jetzt können wir wieder nichts tragen. Können wir auch noch wieder hier reinpacken. Ist wirklich zu viel. Zu viel Leder. So. Ja, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Hier hinten. Chain. Hier wieder. Nochmal Chain. Chain. Leather. Chain, Leather, Leather, Leather. Leather, Leather. Na, warte, was? Leather, genau. Chain wäre halt das nächste, was wir dann wegschmeißen müssten. So. So. Leather. So. Okay, dann haben wir es jetzt, den ganzen Lederkrams, so und dann noch das Gold, müssen wir 9, 6, 8 draufpacken, so und hier auch nochmal ein Savegame, komm ich will hier hoch, so, so, ja, passt, wo kommst du denn her, hat er da hinten sich aufgemacht oder wie, alter, hier gehen wir gleich rein, wir haben hier noch ein bisschen was zu klauen, oh, hier war ja auch noch was, stimmt, hier hinten waren wir auch noch gar nicht hingegangen, aber alter, da hat der mich erschrocken, kam da einfach aus dem Nichts, so, Lever, Elven, Chain nehmen wir mit, Chain, den Rest lassen wir, komm, wir nehmen die auch mit, so, und hier nochmal, dann gehen wir mal die andere Richtung nach oben, beziehungsweise hier waren wir noch nicht fern, ne, wo war denn das, hier, hier müssen ein paar Dudes sein, wie liegt der hier, nehmen wir trotzdem erstmal alles mit, auch das Leder, denn zur Not können wir hier von dort wertvolle Krimskrams, die sind da hinten am Boxen, hier, so, Volt, Katana, Lever, ja komm, egal, wir haben auch lieber hier, weil wir haben da hinten mehr als genug Lever als Reserve rumliegen, ich habe jetzt die Ingredients, gut, ich habe die Ingredients nicht mitgenommen, das ist nichts, was ich haben will, ok, wo boxen die sich, der Endlet Battle Axe, die nehmen wir mit, so, Gold nehmen wir mit, äh, so, kommen den auf, sonst ist hier alles Leder, ja, das nehmen wir mit, und, gibt es hier noch was, ah, hier war eine geheime Tür, aber sonst ist hier jetzt nichts mehr, außer diese Tür, außer diese Tür, aha, hatte der noch was, wir gehen aber erstmal darum, nochmal zurück, weil wir hier noch irgendwo was hatten, äh, nein, nein, das war nicht hier, sondern hier, nach oben, hier war jetzt nichts, aber hier, so, sein Gold nehmen wir mit, so, das nehmen wir mit, Steel Staff, das können wir nicht mehr mitnehmen, ja, dann noch einmal wieder komplett zurück, weil wir auch irgendwie gefühlt, nichts anderes machen, außer hin und her rennen, geht jetzt das mit, ja, und, so, so, einmal alles removeen, was wir haben, das kann auch nur weg, und Gold, 2, 7, 1, 7, und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge, looten wir hier mal weiter, gibt schon ordentlich was, was wir hier einsammeln können, und hier, der Beutel ist schon auch ordentlich voll mit, einem Scheiß, was wir eigentlich gar nicht mehr brauchen, aber, naja, und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart, ich bin's, euer Max Deus, und, ciao! Ich bin's, euer Max Deus. Ich bin's, euer Max Deus. Ich bin's, euer Max Deus.